Hallöchen und willkommen zurück zu Dropper mit Ulya und Misch. Dropper 2. Bren war das nächste. Oh, das scheint wieder eins zu sein, wo da ein bisschen Redstone dahinter steckt. Der Knopp will auch schon wieder nicht raus. Wir werden sehen. Wobei, bist du schon da? Ja. Ja, warte mal. Dann gehen wir doch das Redstone und ich teleportiere mich einfach zu dir. Wusch. Hi. Ich sehe dich noch nicht, aber du bist wohl da. Ah, jetzt. Okay. So, ich drücke Knopf. Ja. Oh Gott. Fünf. Gesundheit. Ich muss dann niesen von den ganzen blöden Partikeln hier, die in der Luft sind. Das ist echt. Vier. Da hätte ich mich ja gar nicht beeilen müssen mit niesen hier. Drei. Dass Minecraft auch keinen Zauberpartikelfilter hat. Das ist echt, finde ich nicht gut. Der erste, der überlebt darf, den anderen dann wieder porten. Ja. Oh Gott. Falls einer überlebt. Oh Gott. Eins. Ich habe Angst. Hier. Hier ist gut. Hier bleibe ich stehen. Ich bleibe hier stehen. Ah! Ich habe die Kiste gesehen. Ich auch. Ich bin gestorben. What? Ich bin komplett zurück am Anfang. Ach so, klar. Der hat meinen Spawn nicht neu gesetzt. Na, dann drücke ich halt doch nochmal auf das Knöpfchen. Ja, das können wir hier immer ewig warten. Das ist ziemlich schlecht. Ich spinne dafür. Eine Hose, wie geht es dir denn? Eine Hose von uns geht in den, ich gehe jetzt mal in den Creative-Modus. Ich bleibe da, wo ich bin. Hier in der Mitte ungefähr von dem Raum. Und dann port ich dich einfach wieder runter, äh hoch. Und wenn du es geschafft hast, dann umgekehrt. Du brauchst ja nur in dem Moment, wo du anfängst zu fallen, einfach nur schnell... Ob du klärt hast, ja. Selbst wenn, ich fall ja gerade und ich sterbe ja nicht. Im Creative-Mode. Stimmt. Oh oh, eins, eins. Oh Gott. Das ist so übel. Das sieht aus wie ein neurales Netzwerk oder so. Dann nehme ich mal meinen Lieblings-Kommentar. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schwarz. Da geht es gar nicht durch. Klar geht es da durch. Irgendwo. Das ist schon wieder gefallen? Ja. Oh. Danke. Ich sehe dich halt nur echt ganz kurz... Nein, ich bin tot. Das gefällt dir jetzt, ja? Ein bisschen. Ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Nein, aber... Nein, aber... Das ist jetzt irgendwie anders. Oh Gott. Nein. Versuch mal unten rum zu gehen, warte. Unten rum zu gehen? Das war gar nicht so gemeint. Ich meine... Oder links, rechts, irgendwo muss da doch was sein. Wollen wir mal tauschen? Ja, Moment. Jetzt muss ich jetzt erstmal hier den Skill auspacken. Scheiße. Mach mal... Versetze dich mal in den Creative-Modus. Ich teleportiere dich zu mir. Ja. Loser! 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 Nein! Ich drücke einmal den Jump-Boostings, damit ich hier unten meinen Spawn gesetzt habe. Das ist gemein. Warte. Das ist so fief. Huch! Jetzt habe ich keinen Dunkelheits-Bonus mehr. Äh... Warte, jetzt lasse ich mich zu dir zu teleportieren. Ja. Damit ich... Oh, jetzt ist aber hier ganz schön hell. Ich glaube, wenn es hier hell ist, sieht es irgendwie komisch aus. So, jetzt ab jetzt kannst du wieder... Oh Gott, ich bin tot. Oh, bist du schon? Wie hast du das denn geschafft? Ich bin einfach... Ich habe keine Ahnung, ich bin gefallen. That's it. Das ist super. Hast du gut gemacht. Die Map heißt The Dropper. Was soll ich da machen, außer zu fallen? Wuhu! Auch geschafft? Ja. Yay. Ich bin einfach irgendwie oben durch und dann nochmal unten durch und dann da oben durch. Jetzt müssen wir irgendwie an die Kiste rankommen, richtig? Ja, die Kiste ist relativ weit oben. Das wird jetzt nochmal lustig. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Kiste. Ich ziehe dir einen Countdown runter. So, da sind wir wieder in der Haupthalle und ihr werdet euch jetzt sicher ein bisschen wundern. Nach wie viel? 13 Minuten oder so ist mir die Aufnahme abgeschmiert, beziehungsweise der komplette PC. War ganz nett. Hust, Java, Hust! Ja, ganze PC. Jetzt ist die Aufnahme natürlich im Arsch. Aber ich möchte euch zumindest noch kurz ein bisschen alles zeigen. Der Hose kommt... Weiß nicht, ob der mitkommt. Ja, ich komme mit. Aber Brain war so eins, wo, glaube ich, das ganz schön lange gedauert hat. Das hat lange gedauert, ja. Das stimmt. Aber wir müssen es ja nur einmal machen. Ich bin ja im Creative jetzt. Also wir hatten... Wir hatten nach... Wir wollen es euch deswegen nochmal zeigen. Ähm, weil wir hatten nach Brain noch Dimension Jumper und Beetlejuice gemacht. Genau. Und in Beetlejuice war wahrscheinlich zu viel schwarz-weiß. Da ist hier einfach dann der Rechner abgemörrt. Wahrscheinlich, ja. Ihr seht an den Fails, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe die Aufnahme soweit aber mit drauf. Genau, das heißt, ihr findet in der Videobeschreibung den Link zu Hoses Video. Da seht ihr dann alles, so wie es wirklich abgelaufen ist, auch ab dem Zeitpunkt hier eben. Und damit ihr aber zumindest aus meiner Sicht auch nochmal alles kurz ein bisschen sehen könnt. Ähm, und in fünf Minuten Video auch ein bisschen kurz ist. Schauen wir uns das alles nochmal in Ruhe an. Und jetzt ist es gleich, jetzt ist es gleich soweit. Ich falle gleich. Ich meine, dieses Stückchen kennen wir hier ja schon. Das ist das Hirn. Ah, das war das. Stimmt. Das war auch das, wo wir uns gegenseitig immer teleportieren mussten. Weil das war doch das mit dem, mit dem, wo es, äh... Warte, ich teleportiere mich mal. Das dauert ja sonst ewig hier. Mhm. Äh, das war ja das mit dem, ähm... Mit diesen Neuronerven oder was das ist, neuroneuralen Axiome sind das, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, vor allem, es ist halt wirklich recht cool, weil irgendwie wird man kurz vorher nochmal gebremst. Ja, das sind unsichtbare Cobwebs oder sowas. Das ist ganz komisch. Oder unsichtbare Weins oder so. Ja, man geht sehr schnell durch, dass das was mich ein bisschen wundert. Ähm, die Kiste hatten wir hier mal nicht gefunden, ne? Äh, ja, die hab ich durch einen ganz blöden Zufall. Ich bin ganz durch Zufall irgendwie da oben gelandet und deswegen hab ich die Kiste erwischt. Ähm, das nächste war dann von den... Ne, Quatsch, wir waren da hinten noch. Das nächste war der Dimension Jumper. Das nächste war der Dimension Jumper. Oh, der war so cool. Der war wirklich cool. Der war richtig interessant. Da bringt uns sogar der Creative Mode nix bei dem Ding, weil das einfach... krank war. Ja. Ich bin auf alle Fälle... Wenn man auf diese Druckplatte steigt, wird man schneller. Oh, shit. Es werden beide schneller. Ich bin erstmal da runter und hab mir dort unten die Kiste gekrallt. Ja, diesmal hast du die Kiste gekrallt, bin ich ganz dankbar für. Und dann darf man hier langlaufen und ich hoffe, dass ich's jetzt vielleicht sogar nochmal auf Anhieb schaffe. Es sieht sogar gut aus. Dann hätte ich den Creative gar nicht gebraucht. Ich schaff das, Hose. Ich schaff das. Siehst du, ich bin jetzt 50 Mal schon daneben gesprungen. Wirklich? Ja. Oh. Warte, warte, warte. Ich versuch's wie eben. Weil man muss hier wirklich einfach nur mitlenken. Man muss im Prinzip gar nichts machen. Man darf nur nicht zur Seite gehen, weil sobald man zur Seite geht, springt man so weit zur Seite durch diese enorme Schnelligkeit, die man hat, dass man ein Problem hat. Wenn man mit Leertaste springt allerdings, wird man langsamer. Das hat ganz gut funktioniert. Ja. Und es war ganz lustig, weil bei mir sah es so aus, wie wenn Hose da runterfallen würde und ich dachte mir so, oh, ihr hatt's doch nicht geschafft. Er hat's geschafft. Ja, sie war schon am Jubeln und ich hab gedacht, sie freut sich, dass ich's geschafft hab. Here we go again. Wir haben zwei schöne Schnapszahlen. So, und dann kam Beetlejuice. Wow, dein Kopf war gerade falsch rum auf deinem Skin. Denn das sah echt creepy aus. Okay. Ja, dann kam Beetlejuice. Das war ein ganz tolles Level. Ja. Ich meine, hier wär der Safe Spot gewesen, den ich benutzt hab. Und dann hab ich halt so schräg nach unten rechts versucht, mich zu lenken. Ja, diesmal hätte ich's nicht geschafft. Hatten wir die Truhe jetzt gehabt oder nicht? Die hab ich gehabt, ja. Okay. Ich hab, während du angefangen hast, über Probleme zu reden, keine Sorge, ist alles in der Aufnahme, hab ich gedacht, oh komm schon, das muss auch irgendwie zu schaffen sein. Und dann halt wieder mit diesem extra Jump Boost hier nochmal hochzuspringen und dann hier ganz weit oben zu... Dieser extra Jump Boost, den man kriegt, das ist einfach... Und deswegen hab ich, ich hab in meiner Enderkiste jetzt fünf Dias. Das Fiese war ja, das waren in einem der drei Becken hier, sind wir gelandet und der schwarze Knopf ist hier vorne. Und da war eigentlich ein Wolleblock. Ja, wir haben ein bisschen gecheatet. Also haben wir den einen Wolleblock hier weggerissen, damit wir hier an unseren tollen Jump Boost Knopf kommen. Wie gesagt, wenn ihr das alles nochmal in voller Action erleben wollt, wie viel Spaß wir dabei hatten, schaut in den Link vorbei, schaut euch das Video bei Hose an. Ja, es ist absolut keine Schleichwerbung jetzt an der Stelle. Hose, Hose, Hose! Hose! Aber die Kiste ist gar nicht so schwer hier zu erreichen. Ernsthaft, ich hab ewig gebraucht. Ja gut, also ich mein, ich hab jetzt... Ich bin jetzt unverwundbar, aber trotzdem, ich fand's jetzt nicht schwer. Hättest du's mal machen sollen. Also ich fand's schwer. Ich hätt's ja auch gemacht, wenn der PC nicht abgeschmiert wär. Ja, das stimmt. Dann hätt ich's aufs erste Mal geschafft. Ja, so ist das. Ja, nächste Woche machen wir... Nächste Woche sag ich schon. Nächste Folge machen wir natürlich ganz normal weiter mit Web, glaube ich, ist das nächste. Genau. Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, wir haben noch eins, zwei, drei, sechs. Sechs Level haben wir auch. Wie viele Dias hast du? Fünf. Okay. Ich glaub, zwei haben wir verpasst oder so. Wir können auch oben an den Schildern gucken einfach. Wir haben eins nicht. Also neun. Nee, wir haben nur genau eins nicht. Ja. Sehr schön. Awesome. Wir sind awesome. Ja, gut. Wie Hose schon sagte, übermorgen geht's dann ganz normal wieder weiter mit, äh, ohne Creative aus, äh, Hustismus irgendwas. Aber nein, ohne Creative. Ja, ohne Creative. Hey! Hey! Wir hoffen, das hat euch gefallen und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.